Hey, Flüsterfeind. Hey, Whisperfretz. Ich würde euch heute wieder sehr, sehr gerne beim Einschlafen helfen. I would love to help you to fall asleep. Und dafür habe ich fünf Angelab-Trigger vorbehalten. And therefore, I have five sleep triggers for you. Zum Beispiel, Haare kommen. Hair brushing. Latex natural. Glove sounds. Tapping. 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 Of course. Inner heart. Whispering. And I need some mouth sounds. Wir starten jetzt mit Haare können. We will start with hair brushing. Tapping. 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 so Meine Haare laden sich immer ziemlich magnetisch auf. Meine Haare immer ... ich weiß nicht, dass ich die Englisch-Worte weiß. Magnetisch ... ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Englisch-Worte weiß. 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 Ich nehme ein bisschen nach den Fingern und fahre mit du die Haare. Ich glaube, wir gehen dann zum zweiten Trigger. Ich weiß nicht, dass wir mit Trigger Nummer zwei kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr könnt meine Nachbarn hören. Denn ich weiß nicht, was die schon wieder machen. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr meine Nachbarn hören könnt. Es ist schon fast zehn Uhr und die machen auch immer Ärger und Leer. Die Hörs sind so, so, so noisy. Ich liebe dich. 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 Es ist nicht alle Englisch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin immer zu. Ich liebe dich. Und die andere Hand natürlich auch, und die andere Hand, of course, also. Und die andere Hand natürlich auch, und die andere Hand natürlich auch, und die andere Hand natürlich auch. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Let's try it again. It's just weird somehow. We're going to go to the next trigger. We're going to go to the next trigger. I'm starting with this cute girl. And here we're going to start with this silk wood. And here we're going to go to the next trigger. And here we're going to go to the next trigger. I'm going to go to the next trigger. We're going to go to the next trigger. And here we're going to go to the next trigger. Der nächste Künstler ist dieses Brille Etui. Der nächste Adam ist dieses Glasses Case, I guess. Der nächste Adam ist dieses Glasses Case, I guess. Der nächste Adam ist dieses Glasses Case, I guess. I guess there is something in it. It's empty. I guess there is something in it. I guess there is something in it. I guess there is something in it. And this is a thing that was this. The last item that I will show you is this. Little Bottle. Der letzte Gegenstand, den ich zeige, ist dieses Glasses. I guess there is nothing in it. Und das ist die Bambüro. It's, I don't know how English word it. It's a melalaika, api, foli, api, leaf oil, limone, dinano, das ist die Artie. That's the ingredients, the energy to them. Und bei Zeichmann, warum ich immer auf diese Seite hier sehe, da steht die Laufzeit der Kamera. And if you wonder why I'm looking at this point, here is the time of the camera. Und ich muss nach 10 Minuten immer aufhören, dann hört die Kamera von selbst. So, it always stops after 10 Minuten. And that's a little bit annoying. So, I have to keep the time in my side. So, I have to keep the time in my side. That's the fattest tapping. That was the tapping. Und als nächstes möchte ich immer Inaudible Whispering versuchen. The next, I want to try Inaudible Whispering. Ich hab's noch nie versucht, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das vertreten wird. Ich hab's noch nie versucht. Ich hab's noch nie versucht. So, ja, wir werden sehen. Ich werde das in Deutschland machen. Ich werde das in Deutschland machen. Ich werde das in Deutschland machen. Aber das ist natürlich auch nicht fertig. Ich werde das in Deutschland machen. So, ja, wir werden hier in Deutschland machen. Und ich werde das in Deutschland machen. Und ich werde das in Deutschland machen. Okay, das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. 1, 2, 3 highlights from the aperture, 1, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 21, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 32, 30, 32, 32, 35, 34, Und dann noch ein Bild kommt, wenn man die Figur passt, wenn man die Figur kommt und ich liebe dich, dann lebe dich und ich liebe dich. Und dann noch ein Bild, schreeße jetzt ein klub Smarts nach 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 Lachen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020